...von Schattenjäger in Asien gefunden, aber du siehst, sind wir im Moment die Einzigen. Ohne die Kelch der Engel sterben wir aus. Entweder wirst du als Schattenjäger geboren oder du trinkst aus die Kelch der Engel. Kommst du? Ziemlich weit weg von dem, was? Ziemlich weit weg von dem, was ist zentrisch rum, aber er ist einer der größten Schattenjäger, die es je gegeben hat.